Auf den ersten Blick wirkt er wie ein riesiger, kahler, lebensfeindlicher Felsbrocken mitten im All. Doch was verbirgt sich wirklich hinter dem sonnennächsten und kleinsten Planeten unseres Sonnensystems? Das klären wir jetzt bei Astronomiewissen über Merkur. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Astronomiewissen. Wie bereits gesagt geht es heute um den Planeten Merkur. Kommen wir nun zu den allgemeinen Informationen über Merkur. Sein Durchmesser beträgt ca. 4880 km, womit er der kleinste Planet des Sonnensystems und sogar kleiner als zwei Monde, nämlich Ganymed und Titan ist. Seine Durchschnittstemperatur beträgt ca. 167 Grad Celsius, wobei es eine starke Differenz zwischen Tag- und Nachtseite gibt. Auf der Tagseite wird es nämlich ca. 430 Grad Celsius warm und auf der Nachtseite ca. minus 170 Grad Celsius. Und das heißt, wir haben eine Differenz von ca. 600 Grad Celsius zwischen Tag- und Nachtseite. Noch dazu zählt Merkur zu den erdähnlichen sogenannten terrestrischen Planeten, also zu den vier inneren kleinen Gesteinsplaneten des Sonnensystems, zu denen auch die Erde gehört und die wir auch hier alle vier sehen können. Noch dazu hat Merkur keinen Mond und zeitweise wurde sogar aufgrund seiner besonderen Bahn um die Sonne und seiner Ähnlichkeit mit unserem Mond spekuliert, dass er möglicherweise mal ein Mond des Planeten Venus war. Kommen wir nun zu der Umlaufbahn des Merkur um die Sonne. Seine Durchschnittliche Entfernung zur Sonne beträgt ca. 58 Millionen Kilometer. Zum Vergleich, bei der Erde sind es ca. 150 Millionen Kilometer. Also ist Merkur ein bisschen mehr als ein Drittel so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Damit ist er der nächste Planet an der Sonne. Allerdings besitzt er eine sehr exzentrische Bahn mit einer Exzentrizität von ca. 20%. Das bedeutet, dass der sonnennächste Punkt, also der sogenannte Peril, 20% näher an der Sonne dran ist als der sonnenfernste Punkt, der sogenannte Abhell. Das heißt, also das ist bei der Erde nicht so extrem, also das ist bei der Erde deutlich ausgewogener. Das heißt, also wenn er im Peril, also im sonnennächsten Punkt ist, wie wir hier sehen, ist er deutlich näher an der Sonne als im Abhell im sonnenfernsten Punkt. Außerdem beträgt er seine Neigung gegen die Erdbahnebene 7 Grad. Das heißt, stellen wir uns die Umlaufbahn der Erde um die Sonne als eine flache Scheibe dar, dann ragt Merkurs Umlaufbahn auf der einen Seite um 7 Grad nach oben und auf der anderen Seite um 7 Grad nach unten. Das ist allerdings nicht viel, also wenn man das gesamte Sonnensystem betrachtet, ist das ungefähr eine Ebene. Merkur dreht sich in ca. 88 Tagen einmal um die Sonne, das heißt ein Merkurjahr sind 88 Tage auf der Erde. Und in ca. 58,5 Stunden um sich selbst, das heißt auf dem Merkurjahr ist ein Tag 58,5 mal so lang wie auf der Erde. Außerdem ist eine Neigung gegen die Bahnachse quasi nicht vorhanden, das heißt, bzw. ist stark unter, ist deutlich weniger als 1 Grad. Das heißt, auf der Erde haben wir eine Neigung der Erdachse gegenüber der Erdumlaufbahn um 23,5 Grad. Die erzeugt ja die Jahreszeiten. Das gibt es auf Merkur so gut wie gar nicht, also ist nur sehr schwach geneigt, sodass man das eigentlich ignorieren kann, wenn es um die Erzeugung von Jahreszeiten geht. Trotzdem gibt es aber Jahreszeiten auf Merkurjahr, weil Merkur im Piri, also im Sonnenechsenpunkt, wegen der Exzentrizität der Bahn 2,3 mal so viel Licht empfängt wie im Sonnenfernstenpunkt im Appell. Außerdem hat er eine Art gebundene Rotation mit der Sonne, also zum Beispiel gebundene Rotation ist zum Beispiel bei Erde und Mond. Der Mond dreht sich genau so lang um sich selbst, wie er sich um die Erde dreht, das heißt, er zeigt uns immer die gleiche Seite. Und bei Merkur ist es ein bisschen anders. Wenn er sich zweimal um die Sonne dreht, dreht er sich dreimal um sich selbst. Das heißt, das sorgt dafür, dass, wenn er sich einmal um die Sonne dreht, hat er sich anderthalb mal um sich selbst gedreht. Das heißt, wenn jetzt ein Punkt genau von der Sonne weg zeigt, dann dreht sich der Merkur einmal um die Sonne, dann zeigt er genau auf die Sonne der Punkt. Und dann dreht sich der Merkur wieder um die Sonne, dann zeigt er wieder genau weg. Außerdem, durch diese hohe Exzentrizität ist es auch so, dass die Geschwindigkeit des Merkur sehr stark variiert. Also wenn er sich um die Sonne dreht, wenn er näher an der Sonne ist, ist die Geschwindigkeit deutlich höher, als wenn er weiter von der Sonne weg ist. Und das bedeutet, dass eben die Rotationsgeschwindigkeit um sich selbst im Peril kleiner ist, als die Bewegungsgeschwindigkeit um die Sonne. Und das sorgt teilweise dafür, dass die Sonne eben aufgeht, ein bisschen über den Horizont kommt, dann wieder untergeht und dann nochmal aufgeht. Außerdem gibt es den sogenannten Effekt der Peril-Drehung. Das heißt, der Peril, also der sonnennächste Punkt des Merkur, dreht sich bei jedem Umlauf ein bisschen mit um die Sonne. Das heißt, wenn man zum Beispiel hier den Punkt erst hat, also hier ist der sonnenfernste Punkt zum Beispiel, der dreht sich natürlich auch mit. Und das heißt, wenn wir hier den Appell haben, dann dreht der Merkur einmal um die Sonne und der Appell ist plötzlich hier. Und das geht dann so weiter, bis der Appell sich wieder einmal um die Sonne gedreht hat. Das dauert ungefähr 225.000 Jahre, beziehungsweise 930.000 Merkur-Umläufe. Und es dreht sich natürlich mit dem Peril und dem Appell die gesamte Bahn. Und das wird erzeugt durch die Gezeitenkräfte von der Sonne und kann man berechnen mithilfe der einsteinischen Relativitätstheorie. Und diese Bahn nennt man auch eine sogenannte Rosettenbahn. Außerdem ist es so, dass durch die Gravitation des Jupiter sich die Exzentrizität der Merkur-Bahn weiter vergrößert. Das heißt, der Appell ist immer weiter weg von der Sonne und der Peril immer näher drin als der Sonne. Und das dauert so lange, bis schließlich der Merkur die Venus-Bahn kreuzt. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was passieren könnte. Entweder stürzt Merkur in die Sonne, wird aus dem Sonnensystem geschleudert oder er crasht die Venus oder die Erde. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der drei Sachen passiert, sehr unwahrscheinlich. Denn die Wahrscheinlichkeit beträgt 99%, dass Merkur vorher von der Sonne verschluckt wird, wenn die Sonne sich zum roten Riesen aufbläht, weil ich es ja bereits in dem Video über die Sonne erklärt habe. Kommen wir nun zu der sogenannten Exosphäre von Merkur. Also, Merkur hat keine wirkliche Atmosphäre wie die Erde, sondern nur eine sehr, sehr dünne Lufthülle, die zwar kein Vakuum ist, also Vakuum ist ja, dass einfach keine Teilchen da sind, aber ist trotzdem immer noch dünner, diese Lufthülle, als das beste von uns Menschen, jemals erzeugte Vakuum in Laboren, also es ist kein Vakuum, aber es ist immer noch dünner als das beste Vakuum, das wir Menschen jemals erzeugt haben, also können wir es ungefähr eigentlich als Vakuum ansehen und atmen kann man da auf keinen Fall. Und das sehen wir ja auch bei der Erde, sieht man ja diese dünne blaue Hülle, wenn man vom Weltraum guckt und hier sieht man gar nichts, also man sieht die Oberfläche und dann direkt Weltraum. Und man nennt eben diese Lufthülle Exosphäre, weil für eine Atmosphäre ist sie zu klein und zu dünn. Und die gesamte Exosphäre ist auch so dünn, dass alle Teilchen zusammen, also die gesamte Lufthülle, genau eine Tonne wiegt. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und die Exosphäre besteht hauptsächlich aus Sauerstoff zu 42%, aus Natrium zu 29%, aus Wasserstoff zu 22%, aus Helium zu 6% und aus Kalium zu 0,5%. Und Wasserstoff und Helium stammen wahrscheinlich aus dem Sonnenwind, also das habe ich bereits in meinem Video über die Sonne erklärt, dass die Sonne ja immer wieder Teilchen aussendet und daraus stammen wahrscheinlich Wasserstoff und Helium in Merkos Exosphäre, dass Merkur die einfach mit seiner Anziehungskraft eingefangen hat sozusagen. Sauerstoff, Natrium und Kalium werden wahrscheinlich mit Hilfe von kleinen Prozessen aus der Oberfläche freigesetzt. Ja, wie dünn diese Exosphäre ist, sieht man auch noch daran, dass ihr Druck kleiner als 5 mal 10 um minus 15 bar, also 5 femtobar ist. Und zum Vergleich, auf der Erde ist der Druck in der Atmosphäre ca. 1 bar, das heißt, der Druck in der Merkuratmosphäre ist um 14 Potenzen kleiner als auf der Erde. Außerdem ist es so, dass durch die extremen Bedingungen bei Merkur aufgrund der Sonnennähe und seiner geringen Gravitation, ist es eben so, dass die Teilchen aus der Exosphäre meistens schnell wieder entweichen in den Weltraum. Und ohne die ständige Produktion neuer Teilchen hätte Merkur schon längst keine Exosphäre mehr. Das heißt, würde nicht ständig Wasserstoff oder Helium aus Sonnenwinden und Sauerstoff, Natrium und Kalium von der Oberfläche nachgeliefert werden, wäre diese Exosphäre schon längst weg. Denn es ist quasi ein kleiner Zyklus, dass eben aus der Oberfläche und aus dem Sonnenwind immer wieder Teilchen nachgeliefert werden und diese dann eben nach einer gewissen Zeit ins Weltei entweichen wegen der geringen Gravitation von Merkur. Außerdem gibt es durch diese fehlende Atmosphäre keinerlei Erosion. Also auf der Erde ist es ja so, dass Wind eben zum Beispiel Sand abträgt. Das gibt es auf Merkur nicht, denn diese Exosphäre ist viel zu dünn, um Wind zu erzeugen. Allerdings gibt es dafür eben extreme Temperaturunterschiede auf Merkur. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Ungefähr 600 Grad Celsius Unterschiede zwischen Tag- und Nachtseite. Weil es ist halt so, auf der Erde zum Beispiel hält die Atmosphäre, die Luft nachts eben auf, äh, nicht die Luft, sondern die Wärme nachts auf der Erde, oder zumindest ein Großteil der Wärme, während die auf Merkur einfach entweicht. Außerdem dauert der Tag auf Merkur ja deutlich länger. Also diese beiden, das sind die beiden Hauptgründe, warum es auf Merkur diese riesigen Temperaturunterschiede gibt. Als nächstes kommen wir nun zu der Oberfläche des Merkur. Und zwar ist Merkurs Oberfläche circa 4 bis 4,5 Milliarden Jahre alt. Das bedeutet, in diesem Zeitraum hat sie sich nicht stark verändert. Und das im Vergleich zu anderen Planeten, vor allem im Vergleich zur Erde oder auch zu Venus, eine sehr, sehr alte Oberfläche. Und das bedeutet eben auch, dass man da gut auch die Ursprünge des Sonnensystems erforschen kann. Sie ist, wie wir hier sehen, stark von Kratern geprägt. Und sie erinnert auch so verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Körpern stark an die Oberfläche des Mondes. Und, also das sehen wir hier zum Beispiel. Hier haben wir einmal den Mars zum Vergleich und jetzt den Mond. Also man sieht, dass, also der Mond sieht deutlich ähnlicher aus, ähm, ups, als der Mars. Außerdem gibt es noch so ein paar ehemalige vulkanische Gebiete. Das sind so entweder so Spalten, aus denen Lava ausgetreten ist oder eventuell vielleicht auch Vulkankrater. Ja, kommen wir nun zu seiner Albedo. Merkur ist etwas dunkler als der Mond. Seine Albedo liegt circa bei 0,06. Das bedeutet, dass er ungefähr 6% von dem Licht, was er empfängt, wieder abstrahlt, also wieder reflektiert. Der größte Krater auf dem Merkur ist das sogenannte Kalorisbecken mit immerhin 1550 Kilometer Durchmesser. Der Einschlag im Kalorisbecken fand wahrscheinlich vor so 3,8 Milliarden Jahren statt und war tatsächlich so stark, dass er die Merkur-Oberfläche bis auf der anderen Seite erschüttete und dort auch so zerrüttete, weshalb dort dann ein chaotisch geformtes und zerrüttetes Gebiet entstand und die vorherige Struktur zerstört wurde. Das heißt, der Einschlag war eben so stark, dass er nicht nur auf der einen Seite einen riesigen Krater erzeugt hat, sondern sogar auf der anderen Seite die Oberfläche so zerrüttet hat, dass da Risse und alles waren. Und das mit dem Krater auf der einen Seite und den Rissen auf der anderen Seite ist eben eine einzigartige Struktur im Sonnensystem. Auch auf dem Merkur gibt es, wie auf dem Mond, sogenannte Maria. Also ich denke, jeder hat mal von den sogenannten Mondmeeren gehört. Das sind halt so ehemalige Krater, die mit Lava gefüllt worden sind. Und die Lava ist dann halt erstarrt und sieht halt ein bisschen dunkler aus, zumindest auf dem Mond, als der Rest der Oberfläche. Deshalb kann man die gut erkennen. Wenn wir hier zurückgehen, sehen wir auch das hier, sind diese Mondmeere. Und da sieht man, da sind nicht so viele Krater drin wie hier. Das aber nur am Rande. Und der größte Unterschied zwischen den Meeren auf dem, ja, zwischen dem Maria auf dem Mond und auf dem Merkur ist, dass es auf dem Merkur, die im Vergleich zum Rest der Oberfläche deutlich heller sind, weil sie eine etwas andere Zusammensetzung haben. Außerdem gibt es auf dem Merkur auch Steilwände. Also das heißt, das sind einfach so Strukturen, die sich durch die Oberfläche einfach durchziehen. Und das heißt, da hat man plötzlich einfach so eine Wand, die ein paar Kilometer in die Höhe ragt. Und das liegt daran, dass der Merkur eben vor circa vier Milliarden Jahren durch Abkühlung stark geschrumpft ist. Also der Kern hat sich zusammengezogen, weil er abgekühlt ist. Und das heißt, es gab weniger Oberfläche und irgendwo musste das Gestein dann hin. Und wenn man natürlich so einen Unterschied hat, dann erzeugt diese Steilwand nochmal mehr Oberfläche. Und deshalb ist das eben passiert. Und, ja, also die sind auch einfach zufällig treten die Landschaft auf, unabhängig von irgendwelchen Kratern oder so, und sind bis zu mehreren Kilometern hoch. Außerdem gibt es auch ein paar Ebenen, also flache Hochländer, wo es eher wenige Krater gibt, die sich eher so zwischen den Kratern befinden. Die sogenannten Zwischenkrater-Ebenen kann man hier zum Beispiel, hier sind wenige Krater. Und, ja, dann gibt es auch Eis auf dem Merkur tatsächlich, also Wassereis. Und zwar, es ist zwar sehr heiß am Tag auf dem Merkur, also wir haben gesehen, bis zu 430 Grad am Tag. Und auch, also er ist ja auch sehr nah an der Sonne, trotzdem gibt es da Wassereis. Und zwar in Kratern in der Nähe der Pole, wo dann eben, je nachdem, also wo es dann, wo dann eben diese Wände von Kratern, und wir sehen das hier, so hoch sind, dass die Sonne, egal von wo sie strahlt, niemals in diesen Krater reinkommt. Das heißt, es bleibt da immer ganz kalt. Wir haben ja gesehen, auf der Nachtseite wird es bis zu minus 170 Grad. Da kann dann Wasser natürlich gefrieren. Und das heißt, obwohl Merkur-Sone an der Sonne ist und es am Tag so heiß wird auf dem Merkur, gibt es da tatsächlich Wassereis. Und wir sehen, dass hier gelb eingezeichnet, also manche Krater sind sogar voll mit Wassereis. Wobei, man muss sagen, das Eis ist wahrscheinlich mit Staub bedeckt und deshalb schwieriger zu erkennen, aber es gibt auf jeden Fall Wassereis, selbst auf dem Merkur. Und das ist eben auch so eine Erkenntnis, dass egal wo im Sonnensystem ist, gibt es fast überall Wasser. Und Wasser ist eigentlich sehr häufig. Außerdem hat man auch komplexe organische Verbindungen entdeckt, die den Grundbaustein vor Leben bilden. Also selbst auf dem Merkur, auf diesem lebensfeindlichen Felsbrocken, gibt es mehrere Voraussetzungen für Leben. Auch wenn man da natürlich ohne irgendwelchen Schutzen nicht überlebt. Und es gibt noch eine einzige Hochebene auf Merkur und die wird Catuia Planum genannt. Und jetzt geht es als nächstes um den Aufbau des Merkur. Nun, erstmal vorab die allgemeinen Dinge zum Aufbau des Merkur. Er ist ein terrestrischer Planet, also ein erdehnlicher Planet. Und das bedeutet, wie bereits gesagt, dass er überwiegend aus Gestein besteht. Und das sehen wir hier auch. Hier ist einmal der Kean, besteht aus Gestein. Der Mantel besteht aus Gestein. Die Kruste besteht aus Gestein. Und hier haben wir noch diese ganz dünne Exosphäre, habe ich ja bereits gesagt. Aber die wiegt ja eine Tonne und der Merkur wiegt, keine Ahnung, irgendwas mit 10 hoch 20 oder sowas. Also mehr als 10 hoch 20 Kilogramm. Und da macht eine Tonne nichts aus. Das heißt, er besteht so gut wie nur aus Gestein. Außerdem, also das zu überraschend, er besitzt eine sehr große Dichte für seine Größe. Also wenn man die vier Gesteinsplaneten so aufträgt, haben wir einmal die Erde. Er ist der größte Gesteinsplanet, hat die größte Dichte. Außerdem haben wir den zweitgrößten Planeten, Venus. Er ist ein bisschen kleiner als die Erde, hat eine ein bisschen kleinere Dichte. Dann haben wir noch den Mars. Er ist deutlich kleiner als die Venus, hat eine deutlich kleinere Dichte. Merkur ist deutlich kleiner als der Mars. Sollte eigentlich nochmal eine deutlich geringere Dichte haben. Er hat aber knapp nach der Erde die zweitgrößte Dichte von einem Gesteinsplaneten. Und das heißt, er fällt so ein bisschen aus der Reihe. Also als erstes kommen wir zum Kern. Das sieht wie hier auch direkt, er macht einen großen Teil davon aus, von Merkur. Deshalb, also ist der größte Bestandteil von Merkur. Er macht ungefähr drei Viertel des Gesamtdurchmesters mit bis zu 4100 Kilometern aus. Und er besteht hauptsächlich aus den schweren Elementen Eisen und Nickel, woher auch die hohe Dichte von Merkur kommt. Also er hat eben im Vergleich zu den anderen Gesteinsplaneten einen sehr großen Kern, zumindest im Verhältnis zu seiner Gesamtgröße. Und deshalb hat er auch so eine hohe Dichte. Außerdem danach kommt der Mantel. Den sehen wir hier. Beziehungsweise, ja. Und er ist ca. 600 Kilometer dick und besteht vor allem aus Silikatgesteinen, die auch auf der Erde vorkommen. Dann haben wir hier die Kruste, die einige 10 Kilometer dick ist. Die ähnelt dem Basaltgestein der Erdkruste. Also die ähnelt vom Gestein her der Erdkruste. Und ja, es gibt halt einige Theorien, warum Merkur fast hauptsächlich aus dem schweren Kern besteht. Und die populärsten gehen davon aus, dass Merkur früher mal einen viel größeren Mantel und eine Kruste hatte. Und die ging allerdings auf irgendeine Weise verloren. Zum Beispiel durch eine Kollision oder durch, äh, oder dadurch, dass er noch näher an der Sonne war und die einfach verdampft sind. Also es gibt verschiedene Theorien dazu, warum das verschwunden ist. Aber die meisten gehen davon aus, dass Merkur früher einen viel größeren Mantel hatte. Als nächstes behandeln wir jetzt das Magnetfeld. Und zwar, äh, beträgt die Stärke des Magnetfelds des Merkur circa 1% des Erdmagnetfelds. Das heißt, es ist deutlich schwächer, aber trotzdem, äh, überraschend stark für einen so kleinen Körper. Ähm, aber dadurch, dass eben deutlich schwächer ist, erreicht er an manchen Stellen der Sonnenwind, wenn er stark ist, trotzdem die Oberfläche und was Strahlungsbelastung angeht, ist es, kann es da schon gefährlich werden auf dem Merkur. Vor allem, also auch, weil das Magnetfeld deutlich schwächer ist, aber auch, weil er deutlich näher an der Sonne ist. Also diese beiden Faktoren sorgen eben dafür, dass die Strahlungsbelastung auf der Merkur-Oberfläche deutlich höher ist als auf der Erde. Nun, dieses Magnetfeld wird wahrscheinlich durch ein Dynamo im Inneren des Kerns erzeugt, weil sich dort wahrscheinlich flüssiges Gestein so bewegt, ähnlich wie auf der Erde. Das ist zumindest die Theorie. Allerdings ist dann die Frage, warum dieser Kern noch nicht erstarrt ist, denn das sollte ja eigentlich bei so einem kleinen Körper, weil sich der Körper innerlich mittlerweile, also Merkur hätte sich innerlich mittlerweile eigentlich so abkühlen müssen, dass der Kern mittlerweile erstarrt sein müsste. Bei Mars zum Beispiel, der nochmal deutlich größer ist als der Merkur, ist der Kern schon seit Milliarden Jahren erstarrt. Und man weiß es noch nicht, aber es gibt mehrere Theorien, zum Beispiel, dass möglicherweise Schwefe in das Eisen und das Nicke im Kern eingemischt ist und somit deutlich die Schmelztemperatur sinkt und damit das Gestein immer noch teilweise flüssig ist und es immer noch Bewegung im Kern gibt. Kommen wir nun als letztes zur Geschichte bzw. Entwicklung von Merkur. Den Anfang von Merkur habe ich schon im Video über das Sonnensystem erwähnt. Ich werde ihn jetzt trotzdem nochmal so, ja, nochmal erwähnen. Einfach der Vollständigkeit halber, und zwar war es so, vor ca. 4,5 Milliarden Jahren haben sich in einer Scheibe um die Sonne, wie es hier sichtbar ist, eben die Planeten gebildet, also es war eine Scheibe aus Gas und Staub und die Planeten haben eben, ja, die haben Gestein und Staub eben angezogen und sind quasi weiter gewachsen, haben immer mehr von diesem Staub und Gestein eingesammelt und sind so immer weiter gewachsen. So ist auch Merkur entstanden. Merkur war am Anfang auf der Oberfläche aufgeschmolzen und zwar aufgrund der Hitze durch Radioaktivität und der Hitze, die bei den vielen Kollisionen mit anderen Körpern entstand, weil da entsteht ja viel Energie und in der Zeit gab es eben noch viele Kollisionen und das heißt, es gab sehr viel Energie und deshalb war eben alles aufgeschmolzen und komplett heiß, also eher lebensfeindlich und am Ende dieser Phase, vor ca. 4,4 Milliarden Jahren, hat Merkur sich dann innerlich in Kern, Mantel und Kruste ausdifferenziert. Das bedeutet, dass eben sich diese, also zum Beispiel Eisen und Nickel haben sich eben eher im Inneren von Merkur im Kern gesammelt, die Silikatgesteine haben sich im Mantel gesammelt und die Bersaltgesteine in der Kruste, das heißt, diese Elemente waren vorher total vermischt und haben sich so ein bisschen voneinander getrennt und haben ihre eigenen Schichten gebildet. Außerdem ist die obere Schicht, also die Kruste, die ist ausgekühlt und hat sich verfestigt, das heißt, Merkur hatte ab dann eine feste Oberfläche. In der nächsten Phase wurden die Spuren dieser ersten Phase eben verwischt, vor allem wahrscheinlich durch eine Phase des ersten frühen Vulkanismus und in dieser Zeit entstanden eben durch den Vulkanismus auch die Zwischenkrater-Ebenen und in der Phase schrumpfte auch Merkur und es entstanden eben diese sichtbaren Folgen der Schrumpfung, also zum Beispiel die Steilwände. Dann, in der nächsten dritten Phase, gab es wieder viele Einschläge, viele Kollisionen, also es waren wieder eine Zeit schweren Bombardements und in dieser Phase entstanden eben viele der heute sichtbaren Krater, unter anderem auch das Kalorisbecken. Dann gab es wieder starken Vulkanismus in der nächsten Phase und das war, also, da entstanden dann auch die Maregebiete, also da ist viel Lava ausgetreten und vor allem, also die hat sich natürlich vor allem in Kratern gesammelt, weil die Krater eben tiefer liegen als der Rest der Oberfläche und haben die dann eben ausgefüllt, wodurch dann eben diese Maregebiete entstanden. Nun kommen wir nun zur letzten Phase, das ist die aktuelle Phase, die seit knapp drei Milliarden Jahren andauert und in dieser Phase gab es kaum Veränderungen auf der Merkoberfläche und wenn, dann hauptsächlich durch Einschläge von Körpern aus dem All, die haben halt ein paar mehr Krater erzeugt und in dieser Phase entstanden auch die meisten der sogenannten Strahlenkrater, das sind also Krater, von denen Risse in der Oberfläche ausgehen, das sieht dann so ein bisschen wie Strahlen aus, deshalb haben die Astronomen, kreativ wie sie sind, diese Krater Strahlenkrater genannt. So, das war es jetzt mit meinem Video über Merkur. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und nehmt viel mit. Bis bald, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Bis bald, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, ich wünsche euch noch einen Tag. Einôm vardır, ich wünsche euch noch einen Tag. Bis bald, ich wünsche euch noch einen Tag. Dannept uns gleich einen Tag, dass kommt collaborate mir Arrived. Untertitelung. BR 2018